so ist wieder dunkel weißt du aber so lange brauchen wir nicht mehr bis wir schlafen könnten der war noch zwei minuten so ein feuerchen machen zack wie schön es war mal dunkel wurde ja dann geht es mal schnell erst ein bisschen ja sind dann schauen dann was macht wird es ein schalter ausmachen wie kann ich noch mal feile machen ein stock und fünf federn oder fünf stöcke ich habe gerade noch ein bisschen bedient ich habe stöcke gesammelt wir sind jetzt schon vier wochen hier tag 28 mein baum will sich nicht zerlegen dann lass uns mal kurz gleich schlafen gehen damit wir weiter am tag machen können du bist ja sicher jetzt eigentlich wieder das fehlt mir an den saumstamm gibt es noch nicht ich komme mal rein jetzt geht es zack wir sehen wir damit war schön weiter machen können mit dem hellen trinken und essen ja sollten wir irgendwann machen dann setze ich noch eben dann einen baum stamm verschreckt mich ich habe versucht irgendwie tatsächlich so ganz gerade genug geworfen jetzt erkennt man nur das erst so halbwegs auf dem blutbild schnitt ja ja ich habe mich aber auch gemacht da habe ich mich auf der wiese aber ich das ehrlich gemacht da hat mir das passiert überhaupt wenn man es erst mal ist das einfach nur deko oder kommt dass ich dann irgendwas irgendwas macht das habe ich mich auch mal gefragt reicht das um zum beispiel was irgendwie die rettung zu locken oder so aber ich möchte mich auch wenn ich die folgen in die facebook gruppe poste dass sehr viele leute auch zugucken darauf mir so ein bisschen aufgefallen ist alles fertig gebaut bis jetzt sehr gut haut noch einen stockwerk drauf egal ja hier unten fehlen jetzt noch die beiden brücken und dann sind wir soweit auch fertig jetzt versuche ich mal ein bisschen auf die jagd zu gehen und dann mal rea auftauchen würden ja gut da fallen ist nicht so wieder welche viecher unterwegs ich höre sich wieder so ein bisschen rumschreien wir hören durch bis jetzt nur nix komisch dass sie die größe die 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 schreie oder was auch immer nicht vernehmt da war ich nur ich da ist schon merkwürdig oder jede also bei mir will ich mir das nicht an sich doch höre ich keine stimmen nein ja das ist mir das ist mir jetzt in dem spiel mit meinem letzten freund auch schon aufgefallen dass wenn wenn ich da so einen ellenlauten schrei ab dass jetzt gar nichts wird ok herr ich glaube dass jeder hört quasi seine versetzte schrei oder anders ich weiß es nicht also wir haben irgendwie will das spiel nicht synchronisieren weil die sind noch viele bugs teilweise noch das muss man doch mal ein bisschen anmerken aber es macht halt durchaus laune wenn man mehreren und spielt ja also ich finde es mit mehreren definitiv besser als alleine ich stecke die dinger gar nicht ins hausboot die hölzer nur so nebenbei aber könnte ich natürlich auch gerade wegnehmen fehlen noch ein paar ich weiß wie viele noch insgesamt 20 oder so ich hasse das jedes mal 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 5 5 7 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 14 15 15 15 15 15 19 15 15 15 15 20 20 21 Da hätte man nämlich an jedem Turm einen Seil, dass man sich da nach oben retten kann, wenn da was Großes kommt. Der eine Busse ist fertig. Sehr gut. Hier liegen noch drei Punkten. Äh... Das waren drei Stück. Ja, pass auf, jetzt bin ich hinter euch. Vor allem hinter dir, Yvonne, da steht ein Zweimann. Ja. Da ist doch vor allem Ruhe! Das ist doch ein Furker! Ah, gegen drei ist mir das ein bisschen zu heftig teilweise. Einen kriege ich auch noch runter. Ja, auch noch runter. Ja. Von oben. Ja, hab ich mit einer was Falsches getrunken. Ach, du trinkst aber den ganzen Alkohol, wa? Ja. Hahaha. 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 So. Jetzt kommt gleich her. Oji ist tot. Ich muss nicht wieder real... Komm noch, komm noch, komm noch. Ich hab Haarspray. ich habe haarspray und feuer willst du die haare frisieren gerade an jetzt fall doch mal um mein haarspray leer so einer ist hier noch kommen ja mein freund leck mich doch am arsch heute nicht aufwärtig nein 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 bitte nicht sterben hilfe hilfe solche verrecke ich renne ich renne ich hoffe ich bin nicht so langsam ja jetzt bin ich tot ich bin nicht weggekommen ich bin nicht weggekommen ja ich hatte dich da bist du danke da kommen aber noch zwei von denen und ja ich komme gerade nicht raus ich gehe mal schnell rein ja ich bin ja kein bisschen zaubern